Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie man die Bevölkerung im Iran bezüglich der derzeitigen Situation unterstützen kann. Als eine Maßnahme greift die Regierung dort natürlich auf Internetsperren zurück, weswegen verschiedene Dienste inzwischen wiederum mit Gegenmaßnahmen reagiert haben. Zum Beispiel das TOR-Netzwerk. Das TOR-Netzwerk ist ja genau für die Zwecke entwickelt worden und da die meisten TOR-Nodes allerdings statisch unterwegs sind im Internet, also mit einer festen IP, sind die natürlich relativ leicht zu sperren. Naja, und da kommen wir ins Spiel. Wenn wir unseren Firefox oder unseren Google Chrome benutzen, zeige ich jetzt zwar hier unter Linux, funktioniert natürlich genauso gut unter Windows und auch unter dem Macintosh, denn das Ganze spielt sich nur im Firefox oder im Chrome ab, wenn Sie den anderen Webbrowser benutzen, einfach dort entsprechend prüfen. Und zwar gehe ich jetzt hier mal beispielhaft in meinem Firefox auf den Bereich Add-ons und suche hier nach Snowflake. Da finde ich Snowflake als Erweiterung, hier mit dem entsprechenden Icon, da draufgeklickt, zum Firefox hinzugefügt. Und das war's schon. Stellt sich also die Frage, was ist gerade passiert? Und dazu klicke ich jetzt einfach mal hier auf mein Add-on. Das Teil hat sich automatisch aktiviert. Wenn Sie es deaktivieren wollen würden, dann einfach hier natürlich den Schalter setzen oder eben das Add-on wieder deinstallieren. Sie werden die Nutzung aber nicht groß bemerken. Das ist jetzt nicht so, als wenn da, ich sag jetzt mal, Ihr Rechner durch langsamer wird oder Ihre Internetverbindung durch langsamer wird. Was passiert genau? Das zeigt die Grafik hier recht einfach. Und zwar sind wir in der Grafik hier Punkt Nummer 5 mit unserem Snowflake-Proxy, den wir da gerade eingerichtet haben. Der Punkt ist eben Nutzer, streng genommen weltweit, aber in dem Fall halt jetzt eher im Iran. Die werden also auf unseren Proxy zugreifen, um dann dort ins Tor-Netzwerk zu können. Die sogenannte Bridge, die dann die Verbindung ins Tor-Netzwerk herstellt, wie eben schon eingangs erwähnt. Davon gibt es jetzt nicht so viele, die sind statisch unterwegs. Und mit unseren Snowflakes davor schaffen wir einfach so viele Eingänge, dass die nicht einfach per IP zu sperren sind. Optimalerweise bekommen Sie von Ihrem Internetprovider alle 24 Stunden eine andere IP. Und schon gibt es wieder neue Eingänge, zumindest über die IP. Und die sind nochmal schwerer zu blockieren. Insoweit lebt das Ganze also dadurch, dass es zahlreiche Teilnehmer gibt. Haben wir Nachteile dadurch? Nein, natürlich nicht. Sämtlicher Traffic, der zu uns kommt, ist verschlüsselt und keiner kann da reinschauen. Wir natürlich auch nicht. Ist ja logisch. Und der Traffic wandert verschlüsselt durch uns ins Tor-Netzwerk weiter. Insoweit, wir wissen nicht, was da kommt und wir wissen nicht, was da geht. Insoweit, wir sind da auf der sicheren Seite. Das Ganze lebt wirklich von einer Vielzahl von Mitwirkenden. Es gibt auch Add-ons für Android, wahrscheinlich auch für iOS. Insoweit bleibt also niemand außen vor. Natürlich müssen Sie bezüglich Android oder iOS das Ganze mit dem Datenplan abprüfen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Traffic dann da verursacht wird. Detail habe ich noch nicht geprüft. Auch nicht, ob die Nutzung sich wesentlich auf die Batterie auswirkt. Aber wie gesagt, wenn wir das Ganze dann irgendwann nicht mehr wollen, kann man es auch einfach abschalten. So, das war jetzt unter dem Firefox im Chrome natürlich genau das Gleiche. Dann gehen wir hier über weitere Tools auf unsere Erweiterungen. Dann haben wir hier ein Menü und den Chrome Web Store. So, dann hier einfach nach Snowflake suchen. Finden wir das Gleiche. Hinzufügen. Dann habe ich das jetzt hier drin. Wird dann hier entsprechend angezeigt. Ob unser Snowflake Proxy dann am Ende auch benutzt wird, kann man ebenfalls über das Add-on sehen. Jetzt mal gerade umgeschaltet auf einen anderen Rechner. Das ist ein LXC. Der steht hier in der Gegend herum und ist sowieso die ganze Zeit online. Insoweit, der hat auch einen Chrome. Da habe ich das einfach mal installiert und jetzt gestartet. Das heißt, in dem Fall ist der Proxy aktiv. Habe ich vor ein paar Stunden gemacht und wenn ich jetzt hier zum Beispiel eben draufgehe auf den Snowflake, dann wird mir dann hier angezeigt. Nutzer in den letzten 24 Stunden. Gut, das Teil läuft erst seit einer Stunde, aber da war halt einer schon da. Das heißt, einem hat man wenigstens geholfen. Ist also ganz einfach, einfach mal zu helfen. Okay.